Wir haben es uns nicht ausgesucht, die Zeit hier zu verbringen. Wir könnten uns beschäftigen mit vielen anderen Dingen, doch leider gibt's fürs Hiersein einen allzu schlimmen Grund. Die Erde, unsere Heimat, ist schon lang nicht mehr gesund und Heilung gibt es leider auch nicht mitten im Krankenschein. Drum sind wir heute hier und wir sind nicht allein. Wir machen zwei Schritte vor und keinen zurück und noch ein Schritt nach vorn ist nur ein kleines Stück. Wenn wir viele kleine Schritte machen, wird daraus ein Weg, der in die gleiche Richtung weist, in die sich unsere Erde dreht. Es wär das gut, wenn alle Wege wälzend reagieren und ihre Hintern liften, um mit uns zu marschieren. Noch besser wär's, sie würden endlich ihre Arbeit tun und handeln statt zu reden, wie wär's mit nem bisschen Mumm. Wir haben schließlich wirklich nicht mehr alle Zeit der Welt. Drum sind wir heute hier, auch wenn es manchem nicht gefällt. Wir machen drei Schritte vor und keinen zurück. Und noch ein Schritt nach vorn ist nur ein kleines Stück. Wenn wir viele kleine Schritte machen, wird daraus ein Weg, der in die gleiche Richtung weist, in die sich unsere Erde dreht. Was ist es für ein Wahnsinn, Luftschmutzrechte zu erwerben und dann die Pestilenz den eigenen Kindern zu vererben? Was ist es für ein Wahnsinn, sich hinter Sachzwang zu verstecken und in Kauf zu nehmen, dass wir irgendwann daran verwecken? Und kommt mir nicht mit euren, ja aber Klage rein. Die sind so abgedroschen und peinlich obendrein. Wir machen vier Schritte vor und keinen zurück. Und noch ein Schritt nach vorn ist nur ein kleines Stück. Wenn wir viele kleine Schritte machen, wird daraus ein Weg, der in die gleiche Richtung weist, in die sich unsere Erde dreht. Wir haben es geschafft, Atome zu zerteilen. Wir haben es geschafft, auf den Mond kurz zu verweilen. Wir haben es geschafft, hoch in der Luft zu fliegen. Wir sind so schlau, wir könnten noch viel Besseres hinkriegen. Es geht darum zu wollen und es dann auch noch zu machen. Und wir sind heute hier, euch dafür Beine zu machen. Dann macht ihr zehn Schritte vor und keinen zurück. Und nochmal hundert Schritte sind nur ein kleines Stück. Wenn wir viele kleine Schritte machen, wird daraus ein Weg, der in die gleiche Richtung weist, in die sich unsere Erde. Drei Schritte vor und keinen zurück. Und noch ein Schritt nach vorn ist nur ein kleines Stück. Wenn wir viele kleine Schritte machen, wird daraus ein Weg, der in die gleiche Richtung weist, in die sich unsere Erde. Wenn wir viele kleine Schritte machen, wird daraus ein Weg, doch wir müssen in Bewegung bleiben, damit sich unsere Erde dreht. Mein message ist, dass wir uns beobachten, dass wir uns beobachten. Das ist alles falsch. Ich sollte nicht hier sein. Ich sollte zurück in der Schule, auf der anderen Seite des Örnein. Und wir kommen alle zu uns, junge Leute, für Hoffnung. Wie schäuert ihr? Ihr habt meine Träume und meine Kindheit mit Ihren Wörtern. Und ich bin einer der Glückwunsten. Menschen sind zufassend. Menschen sind zufassend. Menschen sind zufassend. Wir 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 sind zufassend. Und all Sie können darüber sprechen, ist Geld. Und fairy tales von eternal economic growth. Wie schäuert ihr? Wie schäuert ihr? Wie schäuert ihr? Wie schäuert ihr weiter? Wie schäuert ihr? Und kommt hier, sagen Sie, dass ihr genug macht. Wenn die Politik und die Lösungen gefordert sind, noch nie in der Lage sind. Wie schäuert ihr uns und die Urgenheit ist. Aber egal wie schäuert ich und wie schäuert ich bin, ich will nicht glauben, dass ich das nicht glauben. Und wenn ich die Situation verstehe, und immer noch nicht zufassend reagieren würde, dann wäre ich schäuert. Und das würde ich nicht glauben. Das ist das, was wir glauben. Das popularige Idee von einem kleinen Emissionskosten in half, in 10 Jahren, nur uns 50% der Chance zu sein, unter 1.5 Grad. Und das Risiko des Irreversationsabschiedsabschens herunternehmen, über Menschenreaktionen. 50% das kann ich nicht für Sie wäre, aber diese Nummern Sie haben keine Tippen-Poins, die Feedback-Loop, die Erweiterung von Toxik-Ari-Pollution oder die Aspekte der Equität und der Klimawandel. Sie auch auf meine Generation zuerstellen, zuhörten von Milliarden von Tonnen von CO2 aus der Luft mit Technologien, die gar nicht existieren. So a 50% risk is simply not acceptable to us, we who have to live with the consequences. How dare you pretend that this can be sold with just business as usual and some technical solutions. With today's emissions levels, that remaining CO2 budget will be entirely gone within less than 8 and a half years. There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable and you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. The sixteen years old. The線路, the tony, the cony, the tony, in the world. Wir sind hier, wir sind hier, wir sind hier, wir sind hier. Wir sind hier, 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 wir sind hier. Hop Hop Hop, Polenstaf, Hop Hop Hop, Polenstaf, Hop Hop Hop, Polenstaf. Wohooo! Ja, ich hole! Ja, das ist... Das Operium spielt extra. Er hat noch ein bisschen sauerhaft... ... letztendlich... ... Vielen Dank. 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 Vielen Dank.